André Heim, wie zufrieden sind, nach fünf Niederlagen in Folge, dass die Serie heute so mit diesem Spiel auch beendet werden konnte? Ja, ich bin sicher froh, dass wir jetzt gewonnen haben. Auf dem können wir sicher aufbauen. Schon nicht das perfekte Spiel gewesen, aber eben eine gute Grundlage für weiterzugehen. Damit es dann eben mal das perfekte Spiel wird, was fehlt denn jetzt noch aktuell? Ja, ich denke sicher Mittelzone. Da geben wir nicht zu viele Turnovers. Wir müssen hinten besser arbeiten, backchecken, unsere Männer besser haben und besser kommunizieren.